Du wartest hier auf meine Rückkehr. Ich werde hier sein, Herr. Herr! Herr! Die Wahrheit! Sie sind alle tot! Überall liegen Leichen herum. In den Kerkeln. Und er... Er ist weg, Herr. Was? Du elendiger Bastard! Such ihn! Finde ihn! Oder dein erbärmliches Leben ist verwirkt. Ja, wie ihr befällt. Dieser Versager. Sie werden ihn nicht kriegen. Sordoron! Kümmere dich persönlich darum. Er wird Schloss Wagmar nicht verlassen. Seid dessen versichert. Ich werde jetzt aufbrechen. Ach, und Sordoron! Vergiss nicht. Ich brauche ihn lebend. Ja, ich weiß, Herr. Ich brauche ihn��고 Erschbein. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn mal. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Sie werden nicht erinnert. Ich bin keinところ. Wer war das? Sorda Han. Gandohas rechte Hand. Das hätte ich mir denken können. Ich hab schon von dem Kerl gehört. Wo gehen wir hin? In den Thronsaal. Wir werden Gandohas persönlichen Teleport benutzen. Das wird nicht funktionieren. Nur Gandoha kann ihn benutzen. Es sei denn, jemand öffnet ihn von der anderen Seite. Sagt los, ihr habt einen Magier dabei. Frag jetzt nicht so viel. Wir müssen los.